Die neue Zweitligasaison ist gestartet und der HSV konnte das Auftaktspiel beim 1. FC Köln mit 2 zu 1 für sich entscheiden. In diesem Video analysiere ich, wie Ihnen und Trainer Steffen Baumgart das gelungen ist. Dafür muss man vor allem betrachten, was der HSV gegen den Ball gemacht hat, da Köln schon mehr vom Spiel hatte, deutlich mehr Ballbesitz und da war eigentlich klar, wie sie spielen, nämlich in dem klassischen System, das Gerhard Struber eigentlich immer spielen lässt, also deren neuen Trainer, und zwar eine Viererkette mit einer Raute im Mittelfeld und zwei Stürmern vorne. Das sah dann ungefähr so aus, während der HSV überraschenderweise mit einer Fünferkette gegen den Ball agiert hat in einem 5-4-1-System. Dabei hat dann Jonas Meffert, der eigentlich gelernter Sechser ist, den zentralen Innenverteidiger zwischen den beiden Innenverteidigern gespielt und Bakari Yata war dann der rechte Schienenspieler, links Muheim. Dementsprechend eine klare Fünferkette, als rechten Flügel Karabetz, links Dompey und im Zentrum vor der Abwehr hatte man dann Ludovic Reis und Neuzugang El Fadli. Man stand dabei auch relativ tief, also meistens in der eigenen Hälfte, hat also bewusst kein hohes Pressing gespielt, um dann halt eben auch auf Kontersituationen zu lauern. Da hatte man einfach gute Spieler dafür auf dem Platz, mit Dompey, mit Yata, Karabetz, aber vor allem auch Königsdörfer im Sturm, der einfach nochmal etwas mehr Tempo mitbringt, wie ein Glatzel oder ein Selke. Vor allem die Flügel hat man extrem gut verteidigen können aus diesem System heraus. Wir sehen es hier, Köln spielt auf den Außenverteidiger, denn bei Köln haben jeweils die Außenverteidiger die Breite besetzt. Alle anderen Spieler waren eher im Zentrum vorzufinden, Ball geht eben raus auf Rechtsverteidiger Thielmann und vom HSV kann eben der linke Schienenspieler Muheim direkt auf ihn draufschieben, Druck machen, sodass da keine wirkliche Gefahr entsteht. Und das ging halt eben, da man hinten vier weitere Spieler hatte, die absichern, dadurch, dass halt eben Meffert in der letzten Linie war und man da eben eine Fünferkette hatte, die dann auch kurzfristig mal zur Viererkette werden konnte, ohne da jetzt in eine Unterzahl zu geraten. Und genau das gleiche war natürlich auch auf der anderen Seite der Fall. Hier ist es eben Linksverteidiger Parker Rader von Köln, der den Ball bekommt und der rechte Schienenspieler Jadda vom HSV schiebt eben aus der Ordnung raus und übt Druck aus. So konnte Köln vor allem über den Flügel kaum Gefahr erzeugen. Ja, sie hatten zwar ihre Chancen, vor allem auch in der ersten Halbzeit, das war aber immer nur dann der Fall, wenn die HSV-Abwehr ungeordnet war, so wie zum Beispiel hier nach einem Ballgewinn von Köln. Da hatten sie ausnahmsweise mal Erfolg mit dem hohen Pressing, weil der HSV aber den Ball auch leicht verliert. Oder eben hier, da war es eine Umschaltsituation, deshalb ist der HSV unsortiert und dann scheitert eben Lämperle am Torhüter vom HSV an Heuer Fernandes. Kommen wir nochmal zurück auf den Ballbesitz von Köln, denn wie gesagt, über die Flügel, über die Außen haben sie kaum Gefahr erzeugt, weil sie da direkt unter Druck gesetzt wurden. Im Zentrum war das nicht unbedingt der Fall. Ja, sie haben hin und wieder da schon Druck bekommen, aber sie hätten es durchaus auch teilweise besser ausspielen können. Wir sehen zum Beispiel hier auch wieder das 5-4-1 vom HSV. Allerdings konnte Köln hier die Zwischenräume schon gut bespielen, hat das meistens auch gemacht, aber im Endeffekt hat es dann, wenn man sich durch das Zentrum durchkombiniert hat, entweder am finalen Pass gefehlt oder der Abschluss war dann halt schwach und so erzielst du dann letztendlich halt keine Tore, auch wenn es der HSV nicht mal unbedingt perfekt verteidigt hat. Sie haben die Räume angeboten, waren im Mittelfeldpressing nicht allzu aktiv, also haben nicht allzu viel Druck auf den Ballführenden ausgeübt, anders als auf den Außenpositionen und da hätte Köln durchaus mehr kreieren können oder halt eben die Chancen, die sie hatten, nutzen, aber das war halt eben beides nicht der Fall. Dementsprechend gibt der Erfolg dem HSV recht, das war jetzt die erste Halbzeit. In der zweiten haben sie es auch ein bisschen besser gemacht, standen da zwar noch tiefer, was ich an sich eher kritisch sehe, aber haben die Abstände zwischen den zwei Ketten deutlich geringer gehalten. Dementsprechend hatte Köln auch eher Schwierigkeiten, sich da Chancen überhaupt rauszuspielen, waren wesentlich ungefährlicher wie in der ersten Halbzeit, zumindest zu Beginn der zweiten Halbzeit, kamen dann aber doch noch relativ unverhofft zum Anschlusstreffer und zwar war es so, dass hier ein HSV-Spieler am Boden liegt, ist rausgenommen, dennoch stimmt hier das Anlaufverhalten von Baldé nicht ganz, war glaube ich so ein Profidebüt, dementsprechend kann das passieren und so entsteht dann halt eben Platz auf Außen, Köln kann die Flanke bringen und Meiner erzielt den Anschlusstreffer zum 1 zu 2. Aber letztendlich war es dann doch zu wenig von den Kölnern. Ja, man hatte viele kleinere Chancen und auch einige Großchancen, aber ja, da fehlt einfach der Stürmer, der diese Dinger verwertet und das sehe ich schon so ein bisschen kritisch, denn ich glaube nicht, dass das sich über die Saison hinweg anpassen wird. Das ist schon ein Kaderproblem, dass man da viele Spieler hat, die eher mehrere Chancen brauchen, um zu treffen, aber mal schauen, was die Saison noch so bringt. Gehen wir jetzt mal dazu über, was der HSV im Ballbesitz gemacht hat, denn die haben nicht nur auf Konter gelauert, sie hatten schon auch durchaus Ideen, was sie mit Ball machen und das sehen wir jetzt eben hier. Dann war es so, dass der zentrale Innenverteidiger Meffert, der ja eigentlich 6er ist, vorgeschoben ist, dann eben im 6er Raum war mit Neuzugang El Fadli und somit hattest du dann ausgehend von der 5er Kette gegen den Ball einen 3-2 Aufbau, da eben der linke Schienenspieler Muheim tief geblieben ist, um einen 3er Aufbau zu bilden, inklusive Torhüter Heuer Fernandes, der da natürlich auch nochmal hilft und eine Überzahl bilden kann. Und der rechte Schienenspieler Jata ist im eigenen Ballbesitz dann ganz hoch geschoben und das war eben auch wichtig. Er hat auf der rechten Seite den Außenverteidiger von Köln tief gebunden und auf der anderen Seite war es eben Dom P., der dort die Breite gehalten hat und somit den Rechtsverteidiger von Köln tief gebunden hat. Somit konnte Köln mit den Außenverteidigern nicht nach vorne verteidigen, so wie es der HSV gemacht hat, weil man hinten halt nochmal eine zusätzliche Absicherung hatte und das konnte der HSV dann eben auch für sich ausnutzen. Das sehen wir hier ganz gut, da lassen sich eben die zwei Zehner oder Achter, sag ich jetzt mal, mit Ludovic Reis und Karabetz etwas tiefer fallen und stellen dann eben Anspielstationen dar. Während Köln es zwar hoch anläuft, laufen da auch den 3-2 Aufbau Mann gegen Mann an. Allerdings können sie eben weder Reis noch Karabetz beziehungsweise einen könnten sie schon aufnehmen, aber dann wird es eben auch riskant, weil die Außenverteidiger sind tief gebunden. Die beiden Innenverteidiger sind am gegnerischen Stürmer und der 6er Martel könnte zwar auf einen vorschieben, würde dann aber den kompletten 6er Raum öffnen, was du auch nicht unbedingt willst. Und daher konnte sich der HSV meist relativ gut aus diesen Situationen befreien, den Ball dann nach vorne tragen, eben über die freien Spieler, wenn sie diese gefunden haben und konnte so auch das Pressing von Köln relativ schlecht aussehen lassen. Zählt ja eigentlich zu den Stärken von Stuber, war ja lange RB-Trainer, nicht nur bei Salzburg, auch bei anderen Vereinen, aber hier war das Pressing meistens wirkungslos, weil es der HSV auch gut ausgespielt hat. Weiter vorne wurde es im Ballbesitz vom HSV dann eine Art 3-Box-3, also die drei Aufbauspieler hinten, im Mittelfeld eine Box, also zwei 6er, zwei 10er und vorne dann eben drei Spieler, im Zentrum der Stürmer und rechts und links jeweils zwei Spieler, die die Breite halten. Und genau so mit dieser Struktur kam man dann eben auch zum Führungstreffer, da hat man außen Dom P isolieren können in ein 1 gegen 1 gegen den Außenverteidiger, er zieht dann eben in die Mitte, nimmt sich den Abschluss, eigentlich relativ ungefährlich, dann ist es natürlich aus Sicht von Köln relativ unglücklich, dass da Urbik patzt und Königsdörfer einschieben kann, aber wenn du mit solchen jungen Talenten in die Saison gehst, musst du solche Fehler einfach einkalkulieren und genauso war das ja auch beim 2 zu 0 vom HSV der Fall, da war es wieder Dom P auf Außen, der freigespielt wurde, dann war es eben einer der beiden Zehner, in dem Fall Karabetz, der mir ohnehin gut gefallen hat, hat sich frei auf dem Feld bewegt, in dem Fall lässt er sich mal auf den linken Flügel fallen, bringt dann eben die Flanke gut auf Königsdörfer, aber da ist es eben der junge Pauli in der Innenverteidigung von Köln, der ist nicht ganz gut verteidigt und dementsprechend auch wieder ein Fehler, genauso wie aber auch beim Tor von Köln, als da Baldé den Passweg aufmacht, vor der Flanke, dementsprechend drei Tore nach Fehlern von jungen Spielern, passiert eben, dennoch hat mir die Spielanlage vom HSV im Gesamten gesehen besser gefallen, wenngleich ich hier sagen muss, Köln hat kein schlechtes Spiel gemacht, das war relativ ausgeglichen, im Endeffekt fehlt vorne vielleicht noch ein Knipser, aber man kann es auch ohne diesen deutlich besser ausspielen, aber die Ansätze waren auf jeden Fall da, beim HSV war es natürlich nicht ganz so attraktiv, das war relativ pragmatisch, aber eben erfolgreich und ich würde jetzt bei beiden Vereinen nicht unbedingt den Teufel an die Wand malen, das war kein schlechtes Spiel und man kann auf jeden Fall darauf aufbauen und ich würde jetzt nicht sagen, dass einer von beiden wegen diesem Spiel nicht aufsteigen wird, das ist natürlich weiterhin für beide durchaus möglich und ja, ich würde es mir auf jeden Fall auch wünschen, sind auf jeden Fall beides Erstliga-Vereine. Das soweit meine Analyse zum Auftaktspiel der zweiten Bundesliga-Saison 24-25, was sagt ihr zum Spiel, zu den Vereinen, schreibt mir gerne eure Meinung, eure Erkenntnisse zum Spiel in die Kommentare, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!